hallo zusammen freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen collectors video die wir heute zum abschluss der uefa euro 2024 nochmal eine komplette display box aus der swiss edition der uefa euro 2024 sticker von tops öffnen wollen diese swiss edition die von tops auch schließlich in der schweiz angeboten wird leicht zu erkennen an der roten farbe der produkte wie bei der internationalen edition ja in blau daher kommen und auch bei den stickern selbst gibt es einen kleinen unterschied den wir gleich in rund 600 fache ausfertigung sehen sollten die sticker der swiss edition alle mit einem roten rand statt dem weißen bei der standard edition das soll als einleitung auch mal genügen denn wir haben ja einiges vor uns mit 100 sticker tüten daher werfen jetzt nur einen kurzen schnellen blick noch auf die box in jedem päckchen ihr seht hier sechs sticker enthalten macht also insgesamt 600 sticker in dieser box denn hinten steht auch noch mal drauf 100 sticker tüten sind in dieser box enthalten so sieht sie von unten aus und dann sind wir da oben angekommen ihr seht vielleicht hier oben zwei siegel angebracht die müssen wir mal eben aufschneiden damit wir an unsere sticker tüten kommen und ich glaube ich lasse das ganze mal hier drin und schiebe es nur an den rand so dass wir uns immer hier dann aus dieser box bedienen und eine sticker tüte nach der anderen ziehen so sehen die sticker tüten von vorne und hinten aus und jetzt starten wir rein und schauen mal welches der allererste sticker aus unserer hunderte display box ist und das ist direkt ein golden signature star player in dem fall von dänemark mit pierre emil heuberg in diesem wunderbar glänzenden rot der star player die bei der internationalen edition ja golden sind und die signature hier dann auch nicht direkt im typischen gold sondern in rosé gold passend zu dieser edition so den packen wir uns schon mal extra ohnehin werden wir die sticker glaube ich gleich ein bisschen sortieren nach den verschiedenen kategorien dann haben wir roti aus spanien als normaler spieler sticker zwei star spieler der playoff teams mit solomon und finnbogason dann haben wir die linke hälfte eines sehenswürdigkeiten motifs sieht mir ganz stark nach der türkei aus und dann haben wir noch einen weiteren spieler sticker mit jeremy ducco aus belgien und noch mal zwei star spieler der playoff teams mit brennan johnson und temo poky das war unser erstes päckchen wir greifen direkt zum zweiten und finden unseren ersten artist sticker mit cole partner aus dem englischen team dann geht's weiter mit eberische isee ebenfalls england unser erster top 11 sticker mit john mcginn aus schottland eine euro legende haben wir auch mit im päckchen louis figo aus dem portugiesischen team und dann haben wir noch david hankhoff aus der slowakei und jan macker aus slowenien im nächsten päckchen finden wir unser erstes wappen und das kommt vom estnischen verband dann geht es weiter mit georgio skalvini philipp ugrinic aus der schweiz wieder ein sehenswürdigkeiten sticker dann haben wir ratio aus rumänien und kodi kagpo für die niederlande da kommt unser erster parallel sticker ein gelber parallel sticker und der gehört bei der schweiz edition zur häufigsten kategorie bei den parallel stickern und wir sehen den player to watch sticker von rafael leao dann haben wir usuni aus albanien sehenswürdigkeiten aus ungarn der top 11 sticker von thomas holles aus tschechien karak aus der slowakei und lovrich aus slowenien nächste artistic mit der baris alpe jemals aus der türkei dann haben ein paar spanische sehenswürdigkeiten stepanenko und sidorchuk auf unserem ersten playoff team sticker für die ukraine dann haben wir noch bruno vernanz nächster playoff sticker mit schatzky und alip aus karlastan und stefan posch aus österreich beschließt unser päckchen nächstes päckchen mit dem wappen von tschechien dann geht es weiter mit iwan perisic für das deutsche team die gruppenübersicht über die gruppe f dann haben wir noch jan vertongen aus belgien und jules kundé für frankreich nächstes päckchen nächstes wappen diesmal das des spanischen verbandes dann bakasetas und mantalos für griechenland jack henry schottland christian eriksen durch die church wollen sei ihr mb und das war's für dieses päckchen und ich denke es ist auch in eurem sinne dass wir jetzt klein wenig anziehen vom tempo denn bei 100 stickertüten haben wir einiges vor als nächstes kommt der artistiker von lassi bennes dann top 11 federico di marco noah okafor dann martins und barrero für luxemburg puskast rumänien und justin bailo für die niederlande dann geht es weiter mit dem wappen von rumänien declin weiss karem adiebi für deutschland cengtosun wieder ein paar sehenswürdigkeiten patrick wimmer als top 11 sticker und so schnell sind wir dann schon wieder durchs päckchen durch so dass wir uns direkt das nächste greifen und unseren ersten normalen player to watch sticker finden mit fabian rieder für die schweiz dann geht es weiter mit andre kramaric die busch nono mendes unser erstes stadion mit dem aus düsseldorf und jasmin kurtic für slowenien da kommt der erster captain sticker luca modric aus dem kroatischen team dann haben wir lassi aus albanien hat sie amitowitsch und grunic aus borschen herzegowina jens strüger der offizielle spielball des turniers und zwei weitere star spieler der playoff teams robert lewandowski und markus nixer player to watch sticker mit herr laser samaric dann willst du unter james für welts top 11 sticker von jibril sow für die schweiz für tschechien noch ein top 11 sticker mit mit rovich und dann haben wir noch nikolaus seiwald für österreich da kommt unser nächster parallel sticker wieder in gelb und diesmal ist es das wappeln des niederländischen verbandes dann haben wir simon aus spalien john mcg gehen schade wie taze und david hashvili aus georgien david hanko als top 11 sticker unsere nächsten sehenswürdigkeiten und gleichzeitig kommen wir auch zu dem nächsten päckchen in dem finden wir das wappen von island da geht es weiter mit matthew persina joshua kimich shoao palinja moldovan und anrasbohrer als top 11 sticker nächstes pack mit dem kärnten sticker von nikolay stanziu top 11 andre kramaritsch laszlo kleinheißler kötschü ebenfalls top 11 sticker besebikow und worugowski aus kazakhstan und kingsley command für frankreich nächster player to watch eduardo kamavinga dann balio aus albanien mafropanos und zaitudinov als star player der playoff teams jonas wind top 11 teatr aus bilgien nochmals zwei playoff teilnehmer mit kezioro und kivio aus polen und das war schon wieder so dass wir direkt zum nächsten greifen und wir finden unseren nächsten star player diesmal ohne unterschrift mit rodri aus dem spanischen team dann lukas radetzky und weisahnen für finland elbizon fernandes für die schweiz contraro ramos philip kostic und konrad leimer für österreich nächster play to watch rasmus holland aus dänemark dann haben wir robin le normand weijek zwei luxemburger mit olison und rodriguez wieder ein paar sehenswürdigkeiten und jaka bijoll aus dem team der slowenen da kommt der nächste artes sticker mit amadou onana aus bilgien wieder eine gruppenübersicht diesmal gruppe c bastian schwansteiger als legende des deutschen teams alex kral für tschechien mania für rumänien und rhein der ist für die niederlande dann haben wir sandvi potnek als player to watch gefolgt von spieler zola luik nigo joseph paulsen safoury und kaschinovsky für israel und pierre kaloulou für frankreich nächstes päckchen und wir finden einen orangenen parallel sticker und das diesmal dann doch ein etwas besonderer parallel sticker von johann bakayoko aus dem belgischen team denn die orangenen parallels abgesehen von den zwei nummerierten die seltensten parallels in dieser swiss edition da ist also ein richtig schöner treffer in bezug auf die parallels dann geht es weiter mit bruno petkovic aus kroatien mativ jenko und sudarkov aus der ukraine mert gynok schalde kettler und nochmal zwei playoff teilnehmer mit kusk und pik aus estland nächstes päckchen mit dem captain sticker von dominik schauboschlei dann haben wir mafropanos und janules fabian rieder antonio silva susloff und ein teil der gruppenübersichten in dem fall müsste das die gruppe d sein nächstes päckchen mit einer eurolegende als glitzer sticker und das ist zinedine sedan für das französische team dann mason mount als top 11 sticker sehenswürdigkeiten aus schottland dann zwei georgia mit kakabatze und goshelechvili und dann haben wir noch das kalder aus rumänien und elznick aus slowenien dann haben wir erneut das wappen aus spanien gefolgt von jeremy pino ebenfalls spanien leo sané für das deutsche team weitere sehenswürdigkeiten top 11 luis openda und kevin danso für österreich wir bleiben in österreich mit junior adam als artist sticker dann muss sie aus albanien adam lang sehenswürdigkeiten aus dänemark fast über die zwei kasachen drüber gegangen kurz auf und waroschkin und dann haben wir noch daniel mahlen als top 11 sticker für die niederlande dann haben wir lassi bennes auch zum zweiten mal als artist sticker sehenswürdigkeiten aus kroatien seic und amit hocic aus borussia herzegowina diogo daloo noch ein paar sehenswürdigkeiten und milik und lewandowski für die polen die sich ja dann auch erst über die playoffs qualifiziert haben nächstes päckchen beginnt mit dem wappen von schottland dann haben wir williams und joe roden manuel akanchi für die schweiz die schweiz schweiz für die slovakei und balkovic für slowenien nächstes päckchen mit dem wappen von portugal dann federico keser grand henley gerson und pinto für luxemburg rasvan marin und eduardo kammervinga diesmal als normale spieler sticker nächster parallel sticker und es ist wieder ein gelbe mit harry kane für das englische team als captain sticker dann haben wir petri als top 11 sticker sehenswürdigkeiten aus ungarn matthias jensen aus dänemark romelu lukaku und philippen wehne für österreich nächster captain sticker mit virgil van dag für die niederlande dann christian aslany die schweizer sehenswürdigkeiten pavlenka für tschechien ingerson und hermannson für island und jansa für das team aus slowenien nächstes wappen diesmal das des polnischen verbandes dann haben wir jack grealish albert und die unterschrift von rossi morinho joachim anderson milinkovic bernet johnson und timo pukki die haben wir auch schon gesehen heute und schon sind wir beim nächsten päckchen mit dem wappen des verbandes von albanien dann hat sie diakos und smikas sobos für ungarn die sehenswürdigkeiten aus der türkei tomic und jeremy frimpong für die niederlande da kommt unser nächster star player sticker und es ist wieder einer mit signatur diesmal marco anotovic für das team aus österreich dann haben wir bona sosa evan hickey lopjanice und queques kiri unser zweites stadion diesmal das aus leipzig und dann haben wir noch Theo Hernandez aus dem französischen team unser nächster artist sticker zeigt uns Jorginho aus dem italienischen team dann haben wir Gianluca Scamacca Thilo Kehre Jesper Lindström Wout Fars und Christoph Baumgartner aus österreich nächstes pack hier mit dem captain sticker von david alaba top eleven asami ferguson Kvancsara Zrecio und aus polen Piotr Zelinski und Kasper Kozlowski dann geht es weiter mit der flagge von deutschland das wappen darf topse aus bekannten gründen nicht drucken dann haben wir gabi für spanien Siki Amduni dann haben wir die übersicht über die teilnehmer der gruppe F zumindest über die drei die schon qualifiziert waren Schatzky und alibi für kasachstan und Blasic für das team aus slowenien dann kommt unser nächster parallel sticker und zwar wieder ein gelber mit matteo kovacic aus dem team der kraten als artist sticker dann hoskronen und alo aus finnland stepanenko und sidorchuk aus der ukraine christian norgat robert poljevka und noa lang für die niederlande dann haben wir die flagge von england gleiches thema wie beim deutschen team nikola vlasic mario götze marmotovic und die janz für luxemburg irakovic für serbien und randall colomiani für frankreich dann geht es weiter mit dem wappen von israel cirui mobile dennis zackaria öskar sa das stadion des ersten fc köln auch teil dieser europameisterschaft dann sauvic für slowenien und schon sind wir beim nächsten pack mit dem artist sticker von schüttel aus tschechien dann spanische sehenswürdigkeiten kammer aus ungarn diogo jota schlomo und daza aus israel und philipp lidenhardt für das team aus österreich dann kommt der artist sticker von usman dembélé schikaleschi malik chau jakub brabec sehenswürdigkeiten aus belgien und aus estland haben wir noch tunjof und miller nächstes päckchen beginnt mit dem wappen der türkei dann peckers und kurumpeles aus griechenland stuart armstrong victor nelson marius marin und martin de wun für die niederlande dann zum dritten mal das wappen des spanischen verbandes heavy mcguire für england nico schlottebeck mamadaschwili und kaschia für georgien matusch bero für die slowakei und zeich für slowenien so und auch lassi bennes sehen wir zum dritten mal den hat tops offenbar besonders gerne so oft wie sie ihn gedruckt haben das nämlich in der internationalen version genauso dann haben wir ivan nusec aus kroatien rum vagas vitinia das tops logo und usman dem bd als top 11 sticker dann kommt zum abwechseln mal wieder ein star player mit bernardo silva für das team aus portugal diesmal wieder ohne unterschrift dann francesco serbi martin adam aus ungarn als top 11 sticker hat die kuglo aus der türkei darabaev und seit hudinov aus kasachstan und marcel samitzer für das team aus österreich dann haben wir den player to watch sticker von fabian rieder den haben wir glaube ich auch schon gesehen heute lamin jamal für das spanische team mafro panos und seit tudinov als starplayer andreas christensen janik karasko und voce cesni und jan bednarek für polen auch luka modric ist uns heute schon begegnet als captain sticker für kroatien dann am padu und daniel james miliam cooper michael salilek lasa samaric und sehenswürdigkeiten aus den niederlanden dann haben wir lasa samaric diesmal als player to watch sticker gefolgt von ismaili aus albanien server widmer für die schweiz daniel sinani und borges sanchez für luxemburg nihaila als top 11 sticker für rumänien und andrasbora für slowenien dann kommt der henry deloney pokal für den gewinner der europameisterschaft den packen wir jetzt erstmal hier links nebendran bis wir da ein bisschen platz haben stanisic aus kroatien niklas süle nelson semedo und sehenswürdigkeiten aus der slowakei sowie ibrey makonaté aus frankreich so und dann kommt glaube ich die letzte tüte der ersten hälfte denn ihr seht hier die weiße markierung auf der linken seite bei den tüten die gleich folgen ist die markierung oben rechts und von daher nehme ich mal an dass das genau die hälfte jetzt war und unser letztes tütchen aus hälfte 1 beginnt mit dem wappen von island dann haben wir die übersicht über die gruppe c bielos bielos die stecke von shay adams aus schottland dann haben wir fabian ruiz kiran tierney den big ben aus london vlaovic aus serbien und heim sowie tam aus dem team von island nächstes päckchen mit shannon shakiri aus dem schweizer team als artist sticker dann mario pasalic das stadion von dortmund thomas hollesch lukas haraslin und tön kukmeines aus dem team der niederlande dann kommt das wappen von serbien die übersicht über die gruppe b michalischenko und zinschenko aus dem team der ukraine ada güler für die türkei olafson und friedrichson für island und nochmal ein paar sehenswürdigkeiten zum abschluss dieses päckchens dann geht es weiter mit dem wappen von dänemark jury mobile als top 11 sticker bollard trent alexander arnold leandro trosser und sima khan für das team aus frankreich dann haben wir sind in den sedan als legenden captain sticker für das team aus frankreich ramadani für albanien die deutschen sehenswürdigkeiten duali und querquillia aus georgien lukic jonas wind und schon sind wir beim nächsten päckchen mit dem nächsten captain sticker und das ist diesmal edrid berisha aus albanien dann haben wir noch randro balde aus spanien michael ebescher otavio rumänische sehenswürdigkeiten matti cash und vitesca aus polen und das waren sie schon mit unseren sechsten wir greifen direkt zum nächsten pack mit dem wappen von wales dann lofro maier engels gahn kawicci peter peckerig und den dammfries für die niederlande dann haben wir ja eine sache aus rumänien als artist sticker iwanoff und robin lott in chico und bia luke schorf england nächste playoff spieler mit gläser und vitor und zum abschluss marco annautovic für österreich ich glaube wir holen den berg jetzt mal hier raus denn der kippt die ganze zeit hin und her so und wir kommen zu unserem nächsten parallel sticker wieder ein gelbe parallel sticker diesmal ist es joao felix aus portugal dann cian luigi donnarumma oliver kahn als legende für das deutsche team ein paar sehenswürdigkeiten timisi kastanje und werbic für slowenien dann geht es weiter mit wilfrid gnonto als play at watch von italien nächste sehenswürdigkeiten sticker dann banabas vaga siopis und basuras aus griechenland und es geht direkt mit dem nächsten pack weiter mit dem wappen des ungarischen verbandes gefolgt von an zu farti für spanien dann haben wir den aktions sticker zur get train saves live kampagne der uefa und zum abschluss luca und pezon aus estland dann geht es weiter mit kevin de brunner als captain von belgien joshko guardiol remo freuler selini bachowai und gredinci hartmann für die niederlande nächstes pack mit dem star player sticker von dusan vlaovic aus serbien diesmal wieder ohne unterschrift dann evan ramsey und david brooks jaremchuk und mudrick kiran tripje für england anderson und finn bogason für island und patrick wimmer für österreich im nächsten päckchen finden wir junio adamu als artist sticker dann bastoni billy gilmauer raffael leao marco griech und pierre emil heuberg für dänemark dann geht es weiter mit dem captain sticker von harry kane diesmal in der standard variante nachdem wir ihn ja schon als parallel hatten dann bauer aus albanien timo werner kwaraz kelia und leandro barriero als starplayer ularo und die sehenswürdigkeiten aus frankreich nächstes packchen mit mateo kovacic als artist sticker dann ferran torres für spanien als top 11 sticker ricardo rodriguez für die schweiz miri demiral ebenfalls top 11 und dann haben wir noch stanislav lobotka sowie ischimansky und lineti für polen nächstes päckchen nächster parallel sticker wieder ein gelbe mit charlie simmons als player to watch dann federico di marco slatan ibrahimovic als legende für das schwedische team dann haben wir noch jordan henderson alexis sselemekas und peter stojanovic aus slowenien nächstes pack mit dem erwappen von georgia gefolgt von schüler und kairin aus finnland kolasinac und tajovic aus bosnien herzegowina watschlaf jureczka dann die nächsten playoff teilnehmer mit perez und lavi aus israel und maximilian wöber aus österreich das päckchen wollte vor uns flüchten aber rechtzeitig aufgehalten adam als player to watch macht den anfang des nächsten päckchens dann haben wir nislav orsic ikai gündogan als top 11 sticker für deutschland ruben nevesch milinkovic saavich und mattes die dicht für die niederlande nächstes päckchen mit usman dem wille als artist sticker raslani als top 11 sticker artilla scholeu lachodimos und redsauce für griechenland bancho für rumänien und morten juhlmann für das team aus dänemark dann kommt der captain sticker von jan oplack gefolgt von nico williams aus spanien nason patterson rico luis rosowski und pum und vetkal für estland weiter geht's mit hakan chanalo aus der türkei als captain manuel lucatelli dann haben wir das logo der uefa euro vladimir kufall seno de bast und oria shuamini für frankreich weiter geht's mit dem player to watch sticker von lamin jamal aus dem spanischen team dann haben wir danny watt und ben davis jamal musiala für deutschland bulut für die türkei und gretason und gunasson für island sowie mickey van de feen für die niederlande das war ja mal ein päckchen mit lamin jamal und jamal musiala in einem pack und wir schauen mal was uns das nächste so zu bieten hat das beginnt mit dem wappen von slowenien dann haben wir klaus ajasula sigankov und jamolenko für die ukraine tred alexander arnold als top eleven sticker barbic für serbien und konrad leimer auch nochmal als top eleven dann haben wir einen pinken parallel sticker von daniel mo aus dem spanischen team der pinke glaube ich der nächst häufigere nach den yellow parallels aber so ganz fest bin ich bei der schweizer edition nicht aber dafür habe ich ja die collectors webseite wo ich sowas immer nachgucken kann falls ihr es auch tun wollt der link befindet sich unten in der video beschreibung dann geht es weiter mit dem top eleven sticker von ivan peresic dem stadion von münchen losch aus willi und quara skilia aus georgien mihaila aus rumänien und kasper schmeichel für das team von dänemark dann haben wir milan skrimia als captain für die slowakei petri für spanien bril im bolo für die schweiz joao konzilo martin dubravka und samarodov und prokopenko für kasachstan weiter geht es mit dem wappen von luxemburg dann haben wir ein paar italienische sehenswürdigkeiten die übersicht über die gruppe a mit deutschland und der schweiz dann czerny für tschechien der rechte teil der gruppenübersicht der gruppe e und gnesta czerin aus slowenien mit andrew robertson als captain von schottland dann haben wir kelman und puki für finnland martin adam für ungarn der rechte teil der sehenswürdigkeiten von england morutan für rumänien und nochmal sehenswürdigkeiten diesmal aus österreich so ihr merkt man mit so einer großen display box hat man eine ganze weite zu tun 600 sticker sind ja auch einiges und wir finden unseren nächsten star player diesmal wieder mit signature und das ist elzat hüsey aus dem team von albanien als nächstes haben wir seinen teamkollege jazir asani dann keller mcgregor cengiz und der abada und solomon für israel und zum abschluss rondol kolomiani als top 11 sticker dann geht es weiter mit rafael leao als player to watch die übersicht über die gruppe b dann luther matthäus als legenden sticker für deutschland morris und chano für luxemburg und wäckowitsch für serbien sowie fränke de jong als top 11 sticker für die niederlande nächstes pickchen mit dem waffen der niederlande erlich für kroatien willi orban bernardo silva andre chevchenko als legende für die ukraine und noch mal ein paar sehenswürdigkeiten zum abschluss des päckchens das nächste beginnt wieder mit harry kane als captain dann haben wir aspi kueta aus spanien ryan portus jude bellingham für england mirka für die slovakei und sakaria für österreich nächstes päckchen bringt uns den nächsten gelben parallel sticker mit dem wappen des griechischen verbandes dann haben wir kiefer moore und brennan johnson michaelitschenko und cinchenko alex kral als top 11 sticker dragugin für rumänien und noch eine euro legende mit clemens seedorf aus den niederlanden dann haben wir matthew kovacic als artist sticker marco ferratti für italien linke seite der sehenswürdigkeiten aus deutschland die rechte der portugiesischen pavlovic für serbien und rasmus holund für dänemark dann haben wir das wappen von finland armando brocha für albanien fabian scherr für die schweiz beldog und boucher lakies für griechenland tuta für die slovakei michael grigoritsch und schon sind wir beim nächsten päckchen mit jamal musiala als player to watch für das deutsche team dann haben wir marcelo brosevic das stadion von hamburg mason mount für england burza für rumänien und mit die cash sowie vitesca für polen nächstes päckchen mit daniel mo als artist sticker diesmal in der standardversion dann michael olja sabal adam natsch ferdi kallioglu aus der türkei mitrovic und vipotnik für slovenien dann haben wir das wappen des schweizer verbandes gefolgt von zwei playoff teilnehmern kamara und täler für finnland noch zwei mit trubin und konubia für die ukraine sadilek für tschechien glaser und vitor für israel und steven bergwein für die niederlande nächstes päckchen mit sergi meninkovic asavic als artist sticker bei mir für italien mein christi kennel wilson robert bosanek und marcus thiram für frankreich michael dammsgaard als artist sticker für dänemark sehenswürdigkeiten aus albanien thomas müller für deutschland linke für die tschechen openda und xaver schlage für österreich nächstes päckchen nächster parallel sticker und wieder ist das ein gelbe mit nidim bayrami aus albanien dann haben wir luka suchic monat scholloi diogo costa wieder ein paar sehenswürdigkeiten und eine weitere euro legende mit gareth bale für das team aus wilz dann haben wir amando brucher als player to watch ferrand torres jibre sou für die schweiz marie yvonne ilic und anton griezmann für frankreich nächstes päckchen mit dem wappen von bosnien herzegowina dann haben wir wieder zwei playoff teilnehmer aus Wales mit conor roberts und chris meffen pjanic und simiro aus bosnien herzegowina um dias nächste playoff teilnehmer mit bjana sonn und torst einson und zum abschluss des packs xavi simmons für die niederlande dann haben wir das wappen von rumänien manchini für italien das frankfurter stadion pavel netwert als legende für tschechien robert mack für die slowakei als top eleven sticker und philipp billing für dänemark zum abschluss des päckchens so wir nähern uns so langsam dem ende paar päckchen haben wir aber noch und finden den star player sticker von livois sané für das deutsche team der jetzt wieder ohne unterschrift dann mit mit die für albanien andrasse nemmet für ungarn quarts clear und barrero als star player juli thielmanns und adren ravio für frankreich dann haben wir leonardo bonucci als captain für italien josep johannowitsch scott mctominay jordan pickford nikola melenkovitsch als top eleven sticker und es ließ und salewski für polen dann haben wir noch mal ein artes sticker mit kalem styles für ungarn marco accentu für spanien nico elvedi für die schweiz als top eleven sticker okun kötschü denis mann und florian grillic für österreich dann haben wir den player to watch sticker von johann bakajoko aus bädchen diesmal in der standard variante wir hatten ihn ja schon als orangen perl dann antmann und polian palo aus finnland grunjic und modric als starplayer der playoff teams patrick schick goldberg und revivo für israel und donjel mahlen für die niederlande beschließt dieses päckchen so wir kommen zum vorletzten indem wir noch mal ein parallel sticker finden und auch das ist wieder ein gäbe parallel sticker mit der flagge von italien passend dazu wie fric gnonto dann haben wir robin gossens bruno finance als top 11 sticker dann haben wir denn es war froh für die slovakkei was muss christensen und willkommen zum allerletzten päckchen aus unserer 100 packs umfassenden display box der swiss edition der uevo 2024 sticker von tops und finden das wappen des österreichischen verbandes dann haben wir es enthüseil für albanien kenny mclean kaioturm mori für england dem man ja gudei und zum abschluss noch mal ein paar sehenswürdigkeiten mit dem eiffelturm aus frankreichs hauptstadt paris ja und damit sind wir durch mit unser 100 packs umfassenden display box die uns reichlich schöne sticker aus dieser kollektion beschert hat und da für viele von euch interessant ist wie so die verteilung in eine display box ist werde ich das genau wie es bei der internationalen edition getan habe jetzt am schluss alles noch mal durchzählen und euch dann unten in die video beschreibung packen so dass ihr dann mal sehen könnt wie die verteilung der sticker war bei der blauen variante hatten wir so ungefähr fünf prozent doppelte aus dieser display box ich bin mal gespannt ob es bei dieser swiss edition ähnlich ist gefühlt würde ich im ersten moment sagen zwar ein paar mehr aber das mag durchaus täuschen da sich die special sticker die man ja ohnehin ein bisschen mehr im fokus hat aufgrund ihrer gesamtanzahl häufiger wiederholen als die restlichen sticker aus dieser kollektion was aber während das video jetzt noch läuft machen können ist zumindest mal kurz auf unsere parallel sticker gucken wie viel wir davon hatten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 von den gelben und pro hälfte mit 50 sticker tüten hatten wir dann jeweils noch einen anders farbigen parallel sticker einen in pink mit danni olmo und den orangenen von joan bakayoko der bei den nicht nummerierten parallels der seltenste sticker ist und von tops als mega wer klassifiziert wird bei den tops foil parallels die von ihrer häufigkeit zwischen den gelben und den pinken parallels liegen sollen habe ich jetzt während des videos gar nicht so drauf geachtet die auch ein bisschen schwieriger zu erkennen vielleicht ist euch der ein oder andere aufgefallen wo es mir aufgefallen ist jetzt im nachhinein ist die enri de launay trophy denn die hat im hintergrund ich das richtig sehe lauter kleine tops logos müsste somit ein tops foil parallel sticker sein und gegebenenfalls hat mir bei den anderen special stickern auch noch einen weiteren davon dabei wie viele es genau waren werdet ihr dann in der video beschreibung unter diesem video finden können und auch das vielleicht noch mal interessant die star player werden vier ohne signatur drei mit also sieben stück in dieser display box was gemessen an der anzahl der star player im bezug auf die gesamtkollektion eigentlich zu wenig ist sofern tops sie in fairem verhältnis in die boxen gepackt hätte hätten das eigentlich so um die 17 star player sein müssen dass bei der internationalen edition aber nicht anders auch da hat tops mit den star playern ziemlich gegeizt und nicht umsonst sieht man ja dass auf den tauschlisten der meisten sammler die star player bei den fehlenden stickern am häufigsten auftauchen da besteht also deutliches optimierungs potenzial bis zur nächsten kollektion sofern tops denn ein interesse daran hat das zu verbessern dass so meine eindrücke aus diesem unboxing alles was ihr dazu und zur kollektion im allgemeinen noch ergänzen möchtet packt jetzt gerne unten ins kommentarfeld ich freue mich da über jede von euren rückmeldungen und natürlich auch wenn ihr nochmal auf den like button drückt und damit dann auch ein bisschen support für diesen kanal da lasst wenn ihr künftig hier nichts verpassen wollt dann schnappt euch jetzt noch eins der kostenlosen kanal abos und dann sehen wir uns auch zum nächsten video wieder bis dann macht's gut